Ich habe nur einen Job. Was ist das für ein Job, Papa? Sie wissen alle, was ich hier zu tun habe. Und glauben Sie mir bitte, diese Aufgabe fällt mir nicht leicht. Obloss. Der Papa ist ganz doll überarbeitet. Und du musst ihn schon. Denn nur wenn der Papa froh ist, ist auch sein Boss froh und dann sind auch wir froh. Lass mich in Ruhe arbeiten.